Grundbuch, Stadt, Sparbuch, Hans Maurer, Rehmanns Immobilien, St. Johann in Bungau. Zum Verkauf steht eine Neubauwohnung mit knapp 54 Quadratmetern, einem sehr hellen, freundlichen Wohnraum, einer schönen Terrasse und eigenen Gartenanteil, wie ihr im Hintergrund seht. Die Wohnung wird im Bieterverfahren mit einem Startpreis von 199.000 Euro verkauft und wartet auf ihre neuen Besitzer. Mehr Infos auf www.rehmanns.at oder bei mir, Hans Maurer, Rehmanns Immobilien, St. Johann.